namaste ihr lieben back to berlin ja ich bin zurück aus dem urlaub und es war so schön ruhig da und es war so eine meditative energie dass ich ja einige videos gemacht habe und heute möchte ich ach ich fange erst mal an heute ist ja das löwentor also ich hoffe du bist gut durch dieses tor gegangen ich für meinen teil habe die ganze letzte nacht wieder nicht geschlafen und hatte aber heute sehr viel energie und vor allen dingen eine eine innere freude weil ich diese arbeit die ich jetzt hier auch weiter gebe alles das was ich erzähle weil ich das macht mir einfach so eine freude und ich möchte etwas zu meinem youtube kanal sagen es kommt zwischendurch immer wieder anfragen ja keine schönen sachen warum ich nicht was wirklich über die wahrheit erzähle was wirklich auf der erde vorgeht und was hier wirklich alles schlimmes passiert und dazu möchte ich noch mal stellung nehmen weil ich kann ich jedem antworten und sagen ja schau dir bitte meine videos an ich erzähle eine ganze menge darüber sondern ich habe mich wirklich entschlossen auf diesem youtube kanal licht videos weiterzugeben ohne dass ich das alles ausgrenze was auf der erde jetzt geschieht das bedeutet ich weiß sehr wohl wie es ist wie die dunkle welt und die dunkel dunklen kräfte einen einfangen einen verwickeln einen runterziehen denn auch ich musste mich in meinem leben von diesen niederen schwingungen klären und befreien und in meinem erwachungsprozess haben mir viele geholfen die diese wahrheiten auf telegramm auf youtube und in vielen büchern weitergeben was auch durch die dunkelmächte auf der erde wirklich wirklich heftiges alles geschieht mein erwachungsprozess war auch schmerzhaft ich kann mich erinnern dass ich 1998 oder so die bücher von armin riese gelesen habe und ich konnte so ein halbes jahr gar nicht leben danach ja also es war schockierend für mich all die kosmischen wahrheiten über die anunnaki all die kosmischen wahrheiten über den unwahren gott der durch religionen und die kirche verehrt wird dazu werde ich noch separat ein video machen ich werde schon permanent aufgefordert dazu von der geistigen welt und ich möchte hier weitergeben dass dieser kanal soll ein lichtkanal sein ohne dass alles das was jetzt auf der erde geschieht ausgegrenzt wird das ist nicht der fall sondern ich möchte den fokus einfach legen weg von all dem drama hin zu dem dass wir tag für tag schöpfen tag für tag bewusste schöpfer sind und ganz bewusst jetzt diese neue erde kreieren und wir kreieren sie nicht indem wir ins drama gehen sondern wir kreieren sie indem wir in der wahrheit bleiben und bücher oder auch autoren oder auch trußer oder wie auch immer ihr das nennen wollt wie david ike ja jason mason der mit seinen büchern wow das ganze kosmische wissen auch hier rein bringt was wirklich auf der erde war wie die erde entstanden ist was jetzt noch auf der erde ist die kämpfe der dunkelmächte mit den lichtkräften armin riese abdurund schien im lichte der wahrheit oder alexander long all die findet ihr auf youtube und all die bücher findet ihr auch auf amazon und youtube und sie beschreiben das wirklich sehr gut aber für mich ist es jetzt wirklich wichtig dass hier und deswegen werde ich nicht ständig in kommentaren das erklären was der deep state macht und es ist eh alles so katastrophal und es wird eh jetzt alles ans tageslicht kommen und viele beschäftigen sich damit und viele bringen auch diese wahrheit davor aber das ist nicht mein job das ist nicht mein auftrag ja das möchte ich ganz klar noch mal geben für diesen kanal hier für diesen youtube kanal ich helfe den menschen zu erwachen ich helfe den menschen ihre traumata zu lösen ich helfe den menschen neue sichtweisen und perspektiven zu bekommen und vor allem wirklich vor allem der erde dem aufstiegsprozess diesen dieses goldene zeitalter in das wir jetzt gehen das mit meiner ganzen kraft zu unterstützen ja also ich werde diese kommentare nicht kommentieren oder ich werde sie auch löschen wenn die angriffe zu viel sind und oder wenn es überhaupt angriffe sind werde ich das alles löschen und ich möchte hier einfach wirklich das licht weitergeben ja diese goldene zeit sie dauert noch ich weiß wir sind absolut erst in der übergangsphase und ihr wisst alles ist energie es gibt das gesetz das kosmische gesetz der resonanz und jeder zieht auch den anderen an also ich finde viele meiner kollegen auch ganz toll ja und ich liebe auch ihre sprache und ihren klang und die informationen also es ist ein gesetz der resonanz und dieses gesetz kommt überall zum wirken und so auch auf meinem youtube kanal ja es geht also um das licht es geht um die wahrheit und es geht um die liebe und das möchte ich jetzt hier weiter geben mit diesem fokus konzentrieren lasst uns nicht mehr so groß auf covid konzentrieren weil covid läuft eh aus andere sachen werden kommen aber lasst uns nicht so sehr konzentrieren auf den virus nicht so sehr konzentrieren auf die impfung wirklich weggehen immer wieder die energie da rausnehmen es sei denn auch ich bin in meinem alltag davon betroffen auch ich bin in meiner familie davon betroffen und muss mich damit auseinandersetzen mit masken und impfung und all dem aber lasst uns die schwingung hoch halten lasst uns das licht hoch halten dafür jeder der auf meinem youtube kanal landet der ist ein lichtträger der dient dem licht und darum geht es der wahrheit zu dienen dem licht zu dienen ja also wenn ihr informationen dazu haben wollt was gerade in amerika läuft was mit den wahlen läuft was in allen anderen ländern auch läuft ja oder beziehungsweise das ganze thema brd gmbh ja die es jetzt nicht mehr gibt also die firmen auf der erde ja all die regierungen die firmen sind und jetzt auch wieder gelöscht werden oder die firma brd gelöscht wurde all das all diese informationen findet ihr bei vielen anderen ich kann gerne wenn ihr mich kurz anschreibt oder anfragt euch einen link geben oder informationen aber das ist nicht meine spezialität ja das möchte ich ganz klar sagen ich schaue nach vorne in das licht hinein wir werden durch diese zeit kommen und wir kommen durch diese zeit nicht mit dem größten widerstand sondern wir kommen durch diese zeit mit der wahrheit mit der klarheit absolut natürlich auch mit dem nein sagen viele videos findest du dazu auf meinem youtube kanal ja und das ist für mich der weg ja ich bin die wahrheit ich bin der weg ich bin das leben jesus christus ja in diesem sinne so dass das jetzt ganz klar ist danke ich dir erstmal und jetzt werde ich und das ist auch für mich sehr angenehm ein video hochladen mit der neuesten botschaft von messio ward die ich selber schon so lange lese und danach in den kommenden tagen werde ich ein video machen zu dem thema wer ist der wahre gott ja und dann klopfen auch die kinder bei mir ganz toll an also es gibt ganz viel zu tun es gibt ganz viele informationen und ich bin auch dafür dass jeder sich ringsherum informiert also wirklich es ist sowieso sehr schwierig jetzt bei all diesen informationen so viele leute ja gebe jetzt informationen raus und du hast eine innere führung du hast eine innere stimme du wirst geführt du wirst sowieso zu den menschen geführt die jetzt für dich wichtig sind das ist das spiegel gesetzt das reflektions gesetz ja und von daher ist ganz ganz wichtig jetzt unterscheidungsvermögen zu lernen und zu fühlen immer wieder hinein zu fühlen oder sich zurückzuziehen und wirklich gar keinem zu glauben keinem zu vertrauen nur dir selbst deinem höheren selbst deinen engeln deiner geistigen führung deiner seele ja also in diesem sinne jetzt bis zum nächsten video i love you deine danielle